Der Zuzug. Gewonnen. Gewonnen? Ja, gewonnen. Und zwar sind das 50 Euro für Sie. 50 Euro? Okay, 100. Ja? Ja, noch mehr. Was? Mehr möchte ich haben. Wieso denn das? Ja. Wie mehr? Ich hab Ihnen doch schon das Doppelte gegeben. Wie viel wollen Sie denn haben? Ja, äh, 500 Euro. 400. Nur 500? 2.400. 2.400. Oder noch mehr vielleicht? Ja, wenn es geht, 3.400 steht auch da. Ja? Also mit 3.400 wären Sie zufrieden? Ja. Warten Sie auf. Oder wollen Sie noch ein bisschen mehr haben? Runden mal auf auf 4.000 oder wie? Ja, überlegen Sie mal, was Sie mir geben können. Okay, warte kurz. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Ich überlege kurz. Warten Sie. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran. Schade. Äh. Äh. Ja. Mein Redakteur will mal ganz kurz was über die Lautsprecher sagen. So, wir sind hier nicht auf dem Bazar. Sie kriegen jetzt 160 Euro und ein Schlüsselband. Und dann beim nächsten Mal vielleicht 3.400 Euro. Ist das gut? Ja, 400. Ja. Äh, nochmal bitte. 400. Nicht ganz. Äh, bleiben Sie mal am Telefon, Sie kriegen Geld, ja? Ja, ist gut. Tschüss. Äh, ja. Und dann, dann dann noch. Ich bin noch mal. Ich bin noch da. Ja. Aber ja. Untertitelung des ZDF, 2020